Wo bist du gerade? Bei Schwingungstechniken. Bei den Laboren. Ich bin gerade bei den Dozierenden reingegangen. Man kann auf den Kalender klicken beispielsweise und hat dann Informationen zu den Fristen. Dann klicke ich auf die einzelnen verlinkten Hotspots, die eben auch verteilt sind. Ich finde die Steuerung mit den Augen ziemlich gut. AVI 3, die fünfte. Wir warten auf die Sonne. Die ist nämlich kreis und dicke, fette Wolke. Als ich freigene. Abonnieren Sie uns Antworten habe. In den Augen zu Ihren. Ich weiß nicht, remplig. Und das heißt, wir freuen uns. Dankeschön. Danke schön. Dankeschön. Ich wünsche dir in Westerlohbach. Danke schön. Danke schön. Danke schön. Danke schön. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020